Und im Grunde ist die Kunst, sich über die psychografischen Kriterien, Entschuldigung, über die demografischen, wollte ich sagen, über die demografischen Kriterien an die psychografischen heranzutasten. Denn letztlich brauchen wir den, der, was mein Produkt oder meine Dienstleistung angeht, affin ist, zu dem es passt. Aber diese Angaben oder diese Menschen, diese Daten, kriege ich so nicht. Demografische Daten kriege ich an jeder Ecke. Die kriege ich beim Statistischen Bundesamt, die kriege ich auch und ganz besonders bei den Adressenverlagen. Adressen werden ja gehandelt. Das heißt, wenn ich alle Geschäftsführer, Pharmaindustrie bis 100 Millionen Euro Umsatz haben will, ach nee, ich will nicht alle, sondern nur die in Baden-Württemberg, dann kaufe ich die. Kostet dann 1 Euro, 1,50 Euro pro Adresse. So, dann muss ich noch unterscheiden, will ich die Adresse einmalig verwenden oder will ich die dauernd verwenden. Das ist dann ein bisschen teurer, wenn ich sie dauernd verwenden will. Also nach demografischen Kriterien oder mit demografischen Kriterien komme ich vorwärts, kann ich also irgendwo ansetzen. Aber letztlich sind die demografischen Kriterien nur Hinweise, Indikatoren, ob es passt oder ob es nicht passt. Nur leider kann ich nicht sagen, gebt mir die Adressen aller kaufmännischen Leute, die weiterbildungsaffin sind, die also noch Lust haben, irgendwie da noch was draufzusetzen. Das ist eine Frage von Einstellung und Einstellungen können sich auch ändern. Der, der heute weiterbildungsaffin ist, verliebt sich morgen und denkt plötzlich an Familiengründungen. Und die Weiterbildung interessiert ihn gar nicht mehr so sehr. Er stellt das zurück. Oder da wird ein Kind geboren, das mag ja auch manchmal plötzlich passieren und ungeplant, und dann ändern sich die Einstellungen. Also psychografisch ist schwieriger als demografisch. Aber gleichzeitig näher dran.